Heroin ist für mich zum Teufel gemacht. Es ist die Antwort für viele Fragen und Probleme. Allerdings ist es auch in vielerlei Hinsicht die Ursache ein und Probleme. Es ist völlig schizophren. Bist du? Heroin bestimmt meinen Tagesablauf mehr als mir lieb ist. Aber wenn ich das Frühstück zur Verfügung hab, meldet sich mein Körper mit Entzugssymptomatik. Brauchst du den Stoff, wie du dich überhaupt bewegen kannst. Und ich denke noch, sie rettet mich vom Tod. Sie besucht mich jeden Tag und sie lässt mich niemals los. Und ich denke noch, sie rettet mich vom Tod. Sie besucht mich jeden Tag und sie lässt mich niemals los. Komme nicht mehr klar, nehme Drogen jeden Tag. Denn ein Gramm in meiner Pipe nimmt mir Tonnen von der Last. Pulver ist gestreckt, trotzdem zieh ich mir den Scheiß rein. Muss mein Leid teilen, ich darf nie allein sein. Bettel nach dem Kleingeld und dann kaufe ich ne Flasche. Dieses Leben nur im Rausch zu ertragen. Sauf auf leeren Magen, weil ich wieder nix zu essen hab. Jeden Tag die Angst, es wär der letzte Tag. Mein Leben verkackt, ich mach das Beste raus. Zieh vom Blech den Rauch, blende alles Schlechte aus. Mein Schlafplatz, ein Schlafsack. Ganze Nacht wach, mir ist arschkalt. Also wieder mal den Löffel zum Feuerzeug. Hier draußen mein einziger treuer Freund. Nimm die Spritze und es schießt ins Gehirn. Ein Junkie krepiert, weil er keinen interessiert. Und ich dachte noch, sie rettet mich von Tod. Sie besucht mich jeden Tag und sie lässt mich niemals los. Und ich dachte noch, sie rettet mich von Tod. Sie besucht mich jeden Tag und sie lässt mich niemals los. Niemals. Ich bin auf der Jagd. Sag, wo ist sie hin? Wo ist meine Liebste? Wo, hallo, hat dir jemals Heroin gesehen? Ich bin auf der Jagd. Sag, wo ist sie hin? Wo ist meine Liebste? Wo, hallo, hat dir jemals Heroin gesehen?